So, hallo und willkommen zurück zu The Witness. Wir sind ja hier das letzte Mal stehen geblieben und wir wollten ja dann hier anfangen weiterzumachen. Ähm, ja genau, das haben wir erledigt. Keine Ahnung, warum das hier jetzt nicht mehr aktiviert ist. Moment, jetzt muss ich doch mal was gucken. Ach nee, das war doch noch nicht erledigt, okay. Ähm, anscheinend müssen wir aber sowieso erst einmal hier drinnen dieses Baumgedöns lösen. Und zwar das hier. Ähm, ich habe ja hier diese zwei Teile, die ich... ...irgendwie... ...mit einbringen... ...muss... ...muss... ...okay... ...moment, machen wir das so rum. Warum bin ich auf diese idénischen Feuer gekommen? Höfe? Hallo? Was passiert? Okay. Äh, sehe ich das hier? Da ist eine Frau. Da ist eine Frau. Cool. Äh, keine Ahnung, warum das hier nicht aufgegangen ist und warum das zu ist, äh, das ist ein Baum. Aber... Warum ist das jetzt aufgegangen? Das ist die Frage. Was hat denn sich jetzt hier aktiviert? Irgendwie gar nichts. Sollt ihr mich verarschen? Hä? Für was ist das gut? Stopp mal. Da will ich jetzt was testen. Wenn ich das jetzt so mache... Jetzt gehen die auf. Cool. Bäume. 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 Ja. Ernsthaft. Eins. Äh. Äh. Da. Unten ist der Kreis. So. Äh. Äh. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ich gehe jetzt mal diesen Weg hier. Einfach mal ein bisschen komplizierter gestalten. Wow. Äh. Hallo? Äh. Das ist jetzt scheiße. Ah, zickzack nach unten, also wäre das dann so hier. Ja. Warte. Nee, äh, gut, das wäre jetzt falsch gewesen. So, so, so. Yay. Äh. Okay. Aber wir wollen auch die andere Seite dort machen. Da gibt's ja noch eine. Das heißt, wir müssen uns dann so hinstellen. Äh, so. Genau, das geht zu und das muss jetzt aufgehen. Äh. Äh. Da fängt's an, da, da. Okay. Was zur Hölle? Äh. Da ist ein Männchen. Äh. 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 Ist das jetzt ein Scherz hier? Da kann ich nichts machen. Hier genauso wenig. Hä? Hallo? Egal. Egal. Wenn man da nichts machen kann, gehen wir hier rüber. Gehst du auf? Die will nicht aufgehen. Die hat das Ding auf der anderen Seite. Hä? Okay. Das verstehe ich jetzt gerade mal gar nicht. Kommen wir da irgendwie dahinter? da? Vielleicht wenn wir da hinten, äh, blablabla, hinten lang gehen. Boah, ist der Wasser verlaut Ne, hier komm ich nicht rüber Hä, wie machen wir das jetzt? Das muss doch für irgendwas gut sein Mal mit einem Spargel der hier rumrennt Aber was soll das hier darstellen? Ne, das wollte ich jetzt nicht Wo komm ich hier hin? Leute, den kenn ich doch gar nicht Da war ein Vogel Da war mal ein eiskaltes Vogel Äh Okay, das sieht schon nochmal Interessant aus Aber wie Aber wo gibt es hier bitteschön einen Hinweis? Ah Oh lol, darauf muss man erst mal kommen Okay Eins, zwei, eins, 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 eins Zwei, eins, 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 eins Und da ist er offen Nice So, ähm Falsch, okay Dann gibt es dafür einen anderen Hintergrund Boah, läuft Boah, läuft Äh, aber kommt dort denn ich noch nicht Ne, da ist ein Baum Da kommt keine Kanone raus Denk ich zumindest mal Wenn doch wäre das ein bisschen scheiße Oh Ja Sieht man da irgendwas? Ne, schade Äh Blablabla Blablabla Sieht man von hier was? Oh, okay So, jetzt müssen wir nur noch das Richtige finden Die richtige Wurzel am besten Äh So Oh ne, warte mal Das muss dann so sein Weil so kriege ich ja die Ecke dort nicht Äh Äh Das ist gar nicht so einfach Okay Äh So Da geht's nicht weiter Mal gucken Mal gucken, ob das so klappt Okay Es geht da einfach nicht weiter Das ist scheiße gerade Äh Äh Ähm Das muss der Baum hier sein Irgendwie Irgendwie ist das dieser Baum Aber wie genau Wenn ich das so mache Kriege ich diesen schwarzen Punkt nicht Das ist es auf jeden Fall nicht Das ist vielleicht das hier Also wenn's nicht das ist Was ich ein Besen Nee, ist es nicht Okay Ähm Nee, lass das da unten zu Versuchen wir mal das hier Ich komm dort bei diesem kleinen Schnippel nicht weiter So Aber jetzt Und es kommt eine dunkle Höhle Hi Okay Und wo mache ich das jetzt Klappenvogel Klappenvogel Ey, gibt's gar kein Rätsel? Klappenvogel Ey, gibt's gar kein Rätsel? Nö, hier gibt's kein Rätsel Ja gut, dann gucken wir einfach mal weiter Hier hinten gab's ja Warum ist das? Das wird dann angeschalten Achso Aber irgendwo muss doch Ey, dieses Fenster sein Muss man so Vielleicht von hier irgendwo reingucken Wer weiß Wer weiß, wer weiß, wer weiß Äh, was gibt's hier noch zu sehen? Da geht der Weg weiter Hier gibt es eine Höhle und einen Berg Äh Äh What? Okay Warum ist da ein buntes Dach drauf? Warum komme ich da nicht hin? Fies Das Ding hier macht irgendwelche Geräusche Nee, das ist mir nicht ganz geheuer Äh Verlaufen Dieses Kabel Geht hierher Okay Egal Wir gucken unten weiter Mich interessiert jetzt das bunte Dach Aber was sich da verwirkt Das sehen wir in der nächsten Folge Bis dahin Tschüss Tschüss